Was ist der Start? Ich mag nicht unser Start. Wir haben ein paar große Saves am Anfang. Und dann dachte ich, wir sind wirklich gut. Wir hatten viel Ozone-Zeit. Es hat nicht genug Offense generiert. Es hat nicht genug genug gemacht. Wenn man die Teams umgehalten, wie wir heute Abend haben, dann haben sie gewonnen. Viel Kampf und Krampf. Wir haben gut dagegen gehalten. Und am Schluss nicht unverdient die Punkte mit nach Hause genommen. Zwei Tore geschossen, quasi wie in einem Alleingang fast erledigt. Überraschend gekommen? Ja, ich habe am Anfang ein paar Tore geschossen. Jetzt eine Zeit lang nicht mehr getroffen. Erster Schuss aus dem Tor. Man hat auf einem leeren Tor noch ausgeholt. Und ich habe mir gedacht, fuck. Zum Glück habe ich noch die zwei Tore geschossen. Aber wichtig ist einfach, dass wir die Partie gewonnen haben. Wie hast du das erlebt? Ja, ich weiß nicht. Es war ein schramblerer Puck nach der Seite. Und dann kam es raus. Und der Mann war da oben oben. Es war ein bisschen Desperation. Du musst es erreichen. Und ich hoffe, es hat dich getroffen. Ich bin ein bisschen Glück da. Es waren immer ein bisschen Glück, wenn man den Paddel hat. Aber es war ein sehr wichtiges Schuss. Aber es war ein sehr wichtiges Schuss. Wir haben ein paar 30 Sekunden später gewonnen. Es war ein ähnliches Spiel. Aber es war ein Highlight Reel. Ein bisschen Glück. Aber man braucht es manchmal. Ein Punkt gegen Villach. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ich glaube, wir haben sehr gut gespielt. Wir haben es heute ziemlich einfach gespielt. Es war ein ziemlich starkes Spiel. Ich dachte, es gab keine Chance. Wir müssen ein bisschen besser sein. Wir müssen ein bisschen besser sein. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Energie oder was. Wir müssen einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden. Lie sind selbst. Wir müssen alles guter簡直 scoren. Wir müssen die Spiel haben. Und rot haben sie einen Kan선, die wir waren vollkommen situations. Zumit dazu man를 aufpassen. Wir haben dieses Spiel in Deutsch. Was früh א� embarrassingly mal gewonnen. Und dasической geht wie es ist. Nämlich hat dich noch plass. Wir sind dreimotiviert. Wir kommer husband wirklich gut. Wir such 살den, wie wir mit einem guten Gutenーム Spiel. Balsam wir noch gut Favorite. Wir sind Lahm undchen. Wir haben ein bisschen lose our mentality in der Lugger und in der Zeit, Vienna war ein sehr guter Offensiv-Games und das ist auch so, wie sie haben. Wir haben einen oder zwei Mistake gemacht, aber dann sind wir schon wieder zu einem Ziel. Wir verlieren unseren Rhythm in der 2nd und das ist auch so, dass wir also struggling in der Zeit. At der Ende der Zeit, wir bekommen den Rhythm ein bisschen besser. Die 3rd, besonders am Ende des Spiels, wir waren nicht so, wie wir spielen und gewinnen die Spiels. Aber es ist auch eine Frage, um zu lernen. Wir survived und natürlich ist es wichtig, dass wir einige Momente, wenn man auf der Straße spielt. Es ist nicht einfach hier zu gewinnen oder es ist nicht einfach zu gewinnen. In die Road Games haben wir einen Töpfer-Töpfer-Mentality und spielen einen ein bisschen anders. Und natürlich, ich habe es viele Dinge, was wir in der Zeit hatten, wir waren die Zeit, die wir gewinnen, we waren und wir hatten, die Puck mit dem Puck und die Puck. Und natürlich, die Frazer hat das Fragi gemacht. Und dann hat er sich die Rhythm in der Offensiv-Blue-Line gewinnen. Und dann haben wir den Rhythm zurück und gewinnen die Guide. Das sind die Efforten, die man braucht, wenn man diese Spiele gewinnen möchte. Compared zu der letzten Saison, Villach spielt eine sehr gute Saison. Wie satisfied sind Sie so far? Und wo sehen Sie die Veränderungen? Ja, es gibt viele Dinge, die wir immer noch verbessern können. Aber das ist eine gute Sache, dass die Basis-Games sind. Jetzt ist es eher eine Frage, die kleine Dinge zu verstehen. Und die Mentalität in bestimmten Momenten zu verstehen. Und die letzte Saison war die letzte Saison. Jetzt weiß ich nicht, wie die Dinge waren und so weiter. Wir versuchen einfach zu konzentrieren auf die nächste Spiel.